Willkommen zurück zu Ark Survival Ascended. Heute werde ich mit Nico versuchen ein Ich Theonis zu sehen und wir versuchen auch unsere ersten Kibbel zu machen, aber so weit kommen wir jetzt auch nicht. Also dann, los geht's. Nein, warte, lass als allererstes, lass als erstes, ich zeig dir mal alles, was passiert ist, während du weg warst oder während auch, was ich auf Kamera gemacht habe. Geh mal in Schokomilch, das Biomia rein. Ja. Der hat 13 Level. Ja, okay, jetzt lass uns mal zu unserem Spino reingehen und in sein Inventar gucken, weil während wir, so ich weiß nicht wie, warte, lass es mal bei so, ja, du hast viel zu viel in HP gemacht. Nee, Spino braucht so viel HP. Du weißt nicht, wie viel so eine Brutmutter macht oder so. Aber ich glaube nicht, dass wir mit einem Spino gegen die überhaupt kämpfen können, weil der so groß ist, passt er wahrscheinlich nicht rein. Kann man, kann man, kann man. Kann man ja aber nicht in der Armee von Spinos. Wie man sehen kann, irgendwie hat er in so drei bis fünf Minuten, hat er so, ich glaube, ein Megalodon droppt vier Zähne, hat er so fünf Megalodon und einen Alpha-Megalodon oder droppt ein Alpha nur eine Flosse? Ein Alpha droppt eine. Dann hat er, wie hat er zwei Alpha Megalodon, ich war am Dodo züchten und der hat zwei Alpha Megalodons getötet. Der war für so, ein bis zwei Minuten war er im Wasser und der hat schon den ganzen Fluss umgebracht. Nicht Jonas Zähne. Ja, okay. Das ist dieser grüne Minz, 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 ich hab' ich, ich track' den, ich track' den schon. So, track' den, weil du lass mich das auch tun. Cracking, Cracking. Bin aber nicht sicher, ob man den zählen kann. Was? Hast du denn die, okay, bollast oder so? Ich hab' acht Brolers. Wir müssen den nur irgendwie ans, an, an Land bekommen. Okay. Ich werd' so viel verd... Ich denk' mir auch Auto-Aim gerade. Richtig heftiges Auto-Aim. Der hat auf jeden Fall diese Valentins. Ich, ich glaub' ich geh' direkt unter den. Ich geh' direkt unter den. Der will nicht auf mich. Hab' einen getroffen? Ist aber die Frage, wie viel Benommenheit der Typ bekommen hat. Oh my God, Bro, oh my God. Wie fahrt der? Uh, easy. Hey, easy. Warte. Warte mal, Lucy. Der müsste jetzt down gehen. Ja! Erst down! Erst down! Unter den. Exekutieren. Okay, was will der aber? Was will der? Fisch. 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 Fischmeat will der. Du ist Fisch. Das wird mal sein, Freund. Ah, ich hab' noch den Nebel aus. Keine Ahnung, wieso. Immer wenn ich bei dir in der Welt beitrete, hab' ich den Nebel aus, aus irgendeinem Grund. Jo, ich werd' diesen echten Ernest nie treffen. Ey, hierzu mein Blosser. Okay, ich hab' 15. Okay, ich hab' 15. Ich glaub' 50 sollte genug sein. Ich hab' 15. Ich hab' 15. Er muss mal essen anscheinend, aber man weiß ja nie bei Super, äh, Deck. Wie viel? Zehnmal? Ja, das ist nur Spyglass. Jo, wa- Jo, wa- Wa- Warum ist guckt, äh, Prime Fishmeat doppelt so schlimm wie Prime Fishmeat? Scam. Warte mal, lass' das mal testen, wie weit du von mir weg kannst, weil, äh, jetzt haben wir ja gutes Internet, jetzt geht's ja. Ja, ähm, so, keine Ahnung. 200 Meter, es geht zum Haus, einfach. Ich geh' diesen Strand entlang. Rechts neben uns sollten, äh, sehr guter Sohn, level 135er Raubvogel sein. Raubvogel, Raptor, aber da wird mir... 300 Meter, du wirst nicht mehr angezeigt. Jo, ich kann aus deiner Ränder, du hast es rausgehen. Ey, da ist wieder ein mutierster. Jetzt bist du wieder drinnen. Du bist aus meiner Ränder... Oh, vielleicht noch nicht nix. Oh, mein... Lass' mal irgendwann regular Kabel machen, lass' mal Koper-Base laufen, komm' kurz mit. Ja, lass' mal, warte, ich stopp' dem noch mal ganz viele Narko-Berrys rein. Wir hätten jetzt auch... Ich hab' durch einen Drop Silizium-Perlen bekommen. Wir hätten theoretisch genug, um den, äh, Spino-Sattel zu machen. Zwei Mais, zwei Kartoffeln, ein normales Dino-Ei, also auch Pac-Triceratops, ein Cooked Meat Jerky, fünf Fiber und ein Wasser. Für einen regular Kabel. Ah, dann würde ich mal sagen... War genug für Spino-Sattel, man braucht da viel mehr... Wir, glaub' ich... Zement. Man braucht... Wir brauchen... Zement, was wir haben. Okay, wir können uns nen Spino-Sattel machen. Wir haben sogar... Wir haben sogar... Wir haben sogar... Das liebe ich, dass... Das ist... Das ist... Auf dem Spino-Sattel... Dass wir sogar können... Dass wir sogar eins haben. Machst du grad nen Kibbel? Ne... Ich kann die Bäume abbauen... Gerade... Das ist gut so... Ja... Ich kann... Ich kann... Hä? Hä? Kleines Weg eigentlich nur... Treib. Geht das nicht? Ich würde leisern... No deposits. Hä? Ach... Ne... Brauchen wir ein größeres Beet? Woher gehst du? Oh... Leicht... Ja... Kann sein, dass... In den kleineren... Nur... Irgendwie... Keine Ahnung... Bären... Äh... Normale Bären... Einflassen kann... Lass mich mal versuchen... Lass mich mal versuchen... Bären... Warum Maju Berries? Wenn dann macht Narkose... Na ich versuche... Ich gucke... Ich gucke einfach nur... Ob das funktioniert... Drop mir mal kurz... Die Fasern... Ja... Das funktioniert... Ja... Ja... Das funktioniert... Dann droppen mir mal die... Ähm... Rundfasern... Wenn ich jetzt... Richtig bin... Sollte es hier auch... Bepflanzt werden... Äh... Bewässert werden... Okay... Das sind auch... Bewässert... Das ist gut... Das ist... Richtig... Ja... Da werde ich jetzt... Kartoffeln... Und Mais... Anpflanzen... Dann kann man... Warte... Wenn ich Karotten... In... Äh... Den... Iguano dann... Äh... Kann er die dann... Zusammen machen? Ich glaube... Weil das wäre dann auch nützlich... Weil den... Den braucht man wahrscheinlich auch für andere, oder? Mh... Keine Ahnung... Guck mal kurz... Guck mal kurz... Das ist nicht toll, was ich da... Warte... Das ist doch toll, was ich da angepflanzt habe, oder? Warte... Das ist doch toll, was ich da angepflanzt habe, oder? Ich mach das einfach... Und zwar... Nein, ich hab auch gewonnen... Ja, nicht ihn... Okay, ich weiß schon... Ich nenne... Yo... Ey, der hat aber auch die Valentinsfarben... Ey, die Love is sendet... Jagen... Börflügelost... Na, nein... Nein, ich kann nicht benennen... Er holt uns Fickel... Er geht arbeiten... Ich hab's doch... Ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben... Jo... Äh... Ruf ihn mal zurück... Gleich geht an den... Megalodon auffischen... Wo ist... Jo... Wie weit weg will er gehen? Ist er das da hinten? Er ist hier... Er ist hier... Er hat sich aber grad genug... Passiv... Das ist auf Jagen... Wir machen mal Jagen aus... Warte, wie viel... Mann... Ja, okay... Der hat sich mal mal genug... Essen geholt... Jo... Der hat aber... Ich hab's dir gesagt... Ich hab's dir gesagt... Er sieht aus wie Zahnpasta... Er sieht so aus wie Zahnpasta... Wie sieht's aus? Warum... Der ist... Der ist größer als du... Bitte nennen ihn Doktor Zahnpasta... Bitte nennen ihn Doktor Zahnpasta... Bitte nennen ihn Doktor Zahnpasta... Er muss Doktor Zahnpasta... Er muss Doktor Zahnpasta... Ich muss mir mal Google so angucken... Ich muss mir mal Google so angucken... Gute Namen für... Ähm... Zahnpasta... Zahnpasta Namen... So... Oral-B... Mann... grabs Part... Sei... Zahnpasta... Auffangиг... Endlich... Oral-B... Ja... Ey, aber wir haben einen... Eider Vogel von... L��를 sind... Also... So... Ein... ein skin das war zu trotten totes chicken wing gehen hast du ein sattel kann ich ihn da die ok und eine letzte sache noch meine welt wurde korrupt was bedeutet dass ich zurück in also die welt ist zurück in der zeit gegangen es ist jetzt tag 13 ich glaube es war vorher so tag 16 und das erste große was passiert ist dass alle die dote sachen die ich in folge 20 gemacht haben sind alles weg es sind nur noch die übrig es sind ein paar von uns also es sind ein paar von unseren tieren vor allem so in den letzten folgen die wir in den letzten folgen gezähmt haben sind gestorben oder verschwunden also mussten sie mussten wir sie entsetzen ja und dass das alles sage ich jetzt auch in dieser folge und in der nächsten folge ähm der parasaurus ist auch äh ist auch verschwunden aber weil er schon gespawnt war äh an tag 13 konnte ich den noch direkt zähmen und ja ich die ordnance ersatz haben wir noch nicht aber bis nächste folge sollte da einer sein weil ich bin mir sicher dass wenn wir hier auf deiner feiner gehen ja ich die ordnance level 140 der wird auf jeden fall der ersatz sein also dann das war's mit dem video äh bis morgen oder bis übermorgen oder bis wann auch immer das nächste video rauskommt aber dann ciao